Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir haben uns für den steilen Weg entschieden. Und ja, der ist seines Namens würdig. Er ist tatsächlich ziemlich steil, aber wieder fünf Minuten gespart. Das sind dann die fünf Minuten, die wir dann brauchen, um uns vom steilen Weg zu erholen. Ja, das ist Mathematik für fortgeschröltene Ende. Jetzt muss ich selber genau schauen, weil es auch ein bisschen rutschig ist. Ja, ja, wie gut so. So. Also haben wir fünf Minuten mehr. Ja. Jetzt wird es aber toll. Mit Versicherungen. Ja. Toll ja. Mit Seilgeländer auch. Handlauf. Da hat man ein Seil dabei. Ja. Das ist ja auch. Ich glaube, ich habe uns. Mami? Ja? Ich frage dich, hier ist die Rutsche. Gut, sehr gut. Führst du uns an, das ist gut. Sagt, wo man gut treten kann. So, jetzt brauche ich beide Hände. Ende.